Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Heute spielen wir eine Runde Revo und das ist ein ganz bestimmtes Grundspiel mit, diese Runde hier, denn ich weiß nicht, ob man es vielleicht mitbekommen hat, aber ich mache bei einem bestimmten Projekt mit, von meinem Freund, TheCloseRD, also ihr könnt ja auch bestimmt auf seinem Kanal vorbeischauen und nachschauen. Er macht nämlich jetzt momentan ein Varo-Projekt, da bin ich mit dabei. Mein Teammate ist Max und wir beide sind das Team abgebrochen, weil wir beide halt mit YouTube aufgehört haben. Ich habe zwei, drei Mal damit aufgehört und er halt jetzt bisher einmal, aber wir sind halt Team abgebrochen und ja gut, ich bin jetzt gar nicht in meiner Nähe, ich bin gar nicht in der Nähe von meinem Teammitglied. Das ist schon mal sehr clever. Ach, ich bin sehr schlau. Und ja, heute hätte es eigentlich schon angefangen, heute um 5 Uhr, hätte es schon angefangen, aber Max hatte keine Zeit und darum springen wir erst morgen mit ein. Das heißt, die anderen haben einen kleinen Vorsprung, aber so gut wie ich und Max sind, machen wir die locker fertig. Nee, ähm, und ja, heute spielen wir einfach so Revo, damit wir mal so ins Feeling reinkommen, beziehungsweise ich. Und ja, leider habe ich jetzt Max auch nicht dabei, weil er jetzt schon weg ist, also, ja, Gesundheit. Äh, ähm, ja, Max ist nicht da, das heißt, ich muss jetzt hier alleine was machen und ja, dachte ich mir, nehme ich einfach mal eine geschwindene chillige Runde Revo auf. Vielleicht sogar zwei, wenn die erste schnell vorbeigeht. Genau. Und hier haben wir schon mal Holz gefunden, das ist schon mal nicht schlecht, auch wenn es früher besser gewesen wäre, aber das könnte ja bedeuten, dass noch nicht alle es gefunden haben. Mein letztes Minecraft-Video ist jetzt aber auch schon länger her, wenn ich, wenn man so mal... Ich hoffe, das war das Schaf. Ich hoffe, das war das Schaf, weil sonst habe ich ein Problem vielleicht. Also mein letztes Minecraft-Video ist jetzt auch schon wieder länger her. Das ist, glaube ich, jetzt schon drei, vier Monate her. Und... Als ob hier niemand ist. Als ob die Schafe das alles machen, das ist voll gruselig. Okay. Ich habe jetzt länger nichts gemacht, aus gar keinen bestimmten Gründen. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Minecraft. So einfach kann man sagen. Und... Ja, es kann ja mal vorkommen, dass man einfach mal keine Lust mehr hat auf Minecraft. Das ist mir schon oft passiert. Und... Ja, so etwas Besonderes ist es jetzt nicht. Alter, diese Dreckschafe hier. Ne? Ich dachte gerade, da wäre einer. Okay, ich habe Halos. Ernsthaft? Das ist ein bisschen schlimm. Aber okay. Ich habe hier meine Werkbank unten liegen lassen. Okay, mein Partner ist gestorben. Äh... Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gar nicht mal in seiner Nähe war. Aber... Juck mich nicht. Das mache ich auf jeden Fall besser mit Max. Das sollten wir auf jeden Fall zusammenbleiben. Vor allem, wenn es ein richtiges Projekt ist. Jetzt ist es nur noch ein kleines... Da ist einer. Da ist einer. Jetzt ist hier nur ein kleines Projekt. Äh, ein kleiner Modus. Das sind zwei! Ich habe eigentlich so verkackt. Wobei, wenn ich schnell bin... Könnte ich die vielleicht überraschen. Wer hat mich gesehen? Ich würde mich wundern, wenn er mich nicht gesehen hätte. Also, ich... Sneak mich jetzt hier einfach mal hoch und... Am Rand vorbei. Das hat er doch bestimmt gehört. Lol. Der ist doch hier. Da ist er! Na, schade, Mann. Aber, äh... Ich hätte vielleicht lieber bei meinem Teampartner bleiben sollen. Ah, da ist noch einer gekommen. Ja, gut. Ich würde sagen, noch eine Runde. Und wir sind in der nächsten Runde. Okay. Hoffentlich läuft es diesmal ein bisschen besser. Ich bin mit XXGXX im Team. Das ist doch schön. Und wir sind das Team Waro. Ich gehe wieder in die Mitte. Oh, Mist. Und ich habe es verkackt am Anfang. Oh, eine Axt. Eine Axt ist sehr gut gleich am Anfang. Kann ich mal jemanden killen? Ah, wobei... Vielleicht sollte ich es lassen. Okay, einen habe ich. Ach, du Kacke. Oh, lol. Den habe ich auch. Okay, okay, okay. Es sind noch ein paar mehr gestorben. Das ist schon mal gut. Aber ich bin schon wieder weg von meinem Teammate. Das ist nicht ganz so gut. Und vor allem, ich habe sogar noch was für meinen Teammate übrig. Klasse. Und ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hätte es einfach mal, der ist nach da gerannt, weil... Es hier Bäume gibt. Ja. Der ist Labi-Mod auch gar nicht mehr drinnen, weil... Wir würden es eh nicht nutzen dürfen. Dann... Achso. Ja, okay. Dann juckt es mich nicht, ob ich den jetzt finde oder nicht. Der ist jetzt schon tot. So einfach kann es sein. Oh, digga, digga. Ich bin gleich schon wieder tot, ey. Ja, geil. Ach, komm. Ist doch behindert hier. Ach, maaaann. Okay. Weiter geht's. Keine Ahnung, in welchem Team ich bin. Denn niemand wollte mit mir im Team sein. Aber damit bin ich einverstanden. Und irgendwie geht's so gut. Keiner in die Mitte? Wenn ich das so sehe. Aber leider ist auch in der Mitte gar... ...überhaupt keine Waffe oder so. Na doch, endlich mal. Vielleicht mal etwas. Okay, dann versuche ich mal auf jemanden zu gehen. Zum Beispiel auf den Kollegen hier, weil der hat... ...ein bisschen weniger als ich. Oh, ist aber richtig gut im PvP. Ja, uh. Hab ich gesagt, dass ich gut bin? Nee, das hab ich nicht gesagt. Klasse. Das hab ich noch mal spitze hingekriegt. Gut, Leute. Na, wie sagen Sie uns morgen bei Varro. Das Training hat jetzt wahrscheinlich gar nichts gebracht. Aber... Oh, dann richtig Team-Mate kann ich auch nichts machen. Also dann... ...wicht gespannt auf morgen. Den morgen kommt. Varro. Wichtbar. Wichtbar. Vielen Dank.